Die Martine wird, wie ich mir denke, bei elektrischem Licht stattfinden. Ich habe... Was ist denn das? Ein alter Freund deines Vaters. Mir völlig unbekannt. Sie waren im Krieg zusammen. Es geht ihm schlecht. Ist denn mein Vater hier? Er hat ein Glas mit ihm getrunken. Er musste auf die Börse. Wie findest du mich? Sollte ich dir das nicht lieber beschweigen? Ich meine ja nur das Kleid. Deine Schneiderin kennt dich offenbar besser als ich. Mir erlauben darf, dich zu kennen. Als ich mich im Spiegel sah, hätte ich ein Mann sein wollen. Mein Mann. Du scheinst einen Mann, um das Glück zu beneiden, das du ihm bietest. Was haben Sie denn? Nicht. Herr Doktor. Es scheint mir heute so weinlich. Nicht. Man ist auch nur ein Mensch. Was ich immer am höchsten an dich schätzte, ist deine Charakterfestigkeit. Du bist immer so vollkommen sicher. Wenn du auch fürchten musst, dass dich deshalb in meinem Vater schlimmer werfen, so bist du trotzdem immer wie ein Bruder für mich eingetreten. Es ist nun einmal mein Los bei den leichtsinnigsten Gedanken immer das Allerbeste zu entziehen. Du bist der einzige Mann auf dieser Welt, der mich beschützend und in mir vor mir selbst zu erledigen. Hörst du das für so leicht? Mein eigener Song. Mit deinem Gottesgaben mag man seine Umgebung zu verbrechen, ohne sich träumen zu lassen. Ich hab auch nur gleich schon gut. Und wenn wir nichts wie jetzt wissen, nehmen einander auch wir wachsen werden. Deshalb gehe ich mich auch von dir ein Neugand zurück. Denn bei dir hab ich nicht zu fürchten. Ich versichere dir, es gibt Augenblicke, wo man gewärtig ist, sein ganzes Sinn, aber auch ein Stützend zu sehen. sind sie krank? Lass ihn durch! Er zitzt wie im Fieber, gnädige Frau! Herr Doktor! Der also! Der also! Was meintest du früher, mit den Augen blickend, wo man gewärtig ist, sein ganzes Sinn, in den Augen blickend zu sehen? Er schwörten sich, wach und schwörten sich, wach und schwörten sich. Ich hab ihr Fliege dran, auch ich will mich mit auf und anfangen. Versprichst du mir das hier im Kopf? Meine Hand darauf! Was tust du? Da ist noch einer! Eine Seele, die sich im Jenseits verschaff aus den Augen war. im Jenseits wo man auf den Augen tut. Hast du sw Hahn? Was kwanst du? Ich s launches dir. deine Name! Was kwanst du vono? Ich sorgt und sch außer den Augen! Sehr sei! Wenn ich mich nicht auch w foul! was car und es fiel... Wenn du mich so guter, mag ein Ende mit mir. Laufst du mich da, ich weiß es nicht. Ich habe deine Mutter vergiftet.